Servus Wille, Willkommen bei neuen Gemütslosen, sehr effektiv an meinem Kanal. Da Ju ist spontan mal mit dem Alu-Spot zu fahren. Da brach komm, wir holen unsere Prenz mit rein. Und weil ich ja eh glatt hab, wir wollen Ausdruck machen. Dann hat er sehr gut reingepasst. So. So. So, warte ich noch, dass er nicht gleich grob drin bleibt. Ich muss halt mal das machen. Aber wir probieren das mal. So. So. Wir müssen jetzt bei den Gänzungen nach der Zwischen. Und die erste Mixstrecke nehmen und alles mit. Also teilweise. Jetzt rucke ich einfach noch. Geht mir den Fall um, Kicks. Okay. So. So, Neues. Ich habe heute ein bisschen vorgearbeitet, ich habe Sement gemacht, ich habe Bruch gemacht. Und bevor ich jetzt den Rest gehabt habe, da habe ich jetzt in der Mitte 20 Stück gemacht. Ich werde auch noch mehr machen und aufstehen, weil ich habe die Helden bald bei uns abgeholt, um auf diese Ruhe zu kommen. Guck, der Langweb ist 11,6 m. Kupel wird in mir. Ja, ich denke, ihr wisst, was ist ein Überblender, ihr seid ja am Moltenstrand zu quasi, ihr wisst, was beim Kobolds war der Gleis. So wurde die reine Kurfe, als ihr denkt, beim Kobold-Ölspot. Ja, ich habe euch mal ein bisschen in den Kuhlach reingelegt, das ist ein bisschen in den Kuhlbocken. Und nicht, dass ich sie alleine durch, weil ich ja nicht gehe, und ihr kommt in den Kuhlbocken. So, nun haben wir Rüst gefahren. Weil manchmal trieb ich mich dann so sehr, dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich gleich auf eine Rüstung. So, nun werden wir in den Kuhlbocken, aber es ist ein bisschen der Anruf. So, nun werden wir in den Kuhlbocken, aber es ist ein bisschen der Kuhlbocken, aber es ist ein bisschen der Kuhlbocken. Okay, bis jetzt sind ja. Ich bin ja nicht der Kuhlbocken, aber es ist ein bisschen der Kuhlbocken. Ich bin ja nicht der Kuhlbocken, aber es ist ein bisschen der Kuhlbocken. Viktoraal meine Rüge geht.. Ja... Echt durch mal Gospels.. Ich lache ja nie... Ups, ich habe ihn natürlich vergessen, aber ich habe einfach einen Bauch aus dem Fall. So, ich habe mich auch für den Gedanke. Ja, weil Skubiunen sind ja auch am Start hier. Bleihugel sind irgendwann mal bei uns um die Ecke. Das ist ein Engelpraktischer für uns. Hier kommen aber mehr Steine. So, ich habe ihn mit ihm geflogen. Ich habe ihn mit ihm geflogen. Die Kiste muss nehmen sollen, ich kenne zu, naja, egal was wenn wir klar sehen auf diesen Stein, können wir aber nützen, jetzt ohne die Skopie. Ach Gott, ich sag's noch, dass wir ohne Skopie, ohne Skopie, ohne Skopie rausgeben. So, die wollen wir beärzten. Boah. Es ist 2000, sobald ich verbrenne, die Regeln mir gesagt. So, jetzt schnell raus mit dem LKW und dann nach raus und dann packen wir die ganzen Scheiß aus. Verringerend war, seit, also jetzt gerade eben, der Einglick geht bei mir wieder. Normalerweise ist mit 1 und 2 Terrasse abgestutzt, also der Einglick natürlich. Beinein ging das ja wieder brechtig. Beinein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und vor allem, wenn es um, 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 wenn es um. Ich kann die Dienwumstritten haben, das ist. Ich sehe, was ihr denn erzählt. Obst. Leo, du hast ein verdammtes Glück. Guck mal, was da liegt. Das ist ein Schmackhoferz. Komm, da ist bei der Flutte kein Gleis rein. Da haben wir mal genug, Leo. Da braucht ihr keine Sorgen zu machen. Und jetzt gucken wir. So. Leo, aufgedankt. Ja, wir sind ja so weit geschlossen. Ja. So. Jo. 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 Cool. So. 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 Ich will jetzt noch mal diese Gruppenpumpe bauen, wer tut es noch? Die haben wir auch bei uns. Die bleibt draußen, die Barmürmer neben den Bock, wo Engelsküren bei sind. Dann kommt die erst mal mit rein. Dann kommt ihr gleich mal ins Lager. Wir brauchen überhaupt neue Gäste. Kann man jedenfalls zueinander stapeln? Keine Ahnung, probieren wir das mal. So, da ist noch ein Buch aus Holz. Dann sind wir immer hier in der Ecke. Hier sind die Steinecke. Die ist immer gut. Die Lager wird voll. Kann das sein, dass wir Steine im Überfluss haben? Das ist gar weh. Hä? Habe ich einen Bär überfahren. Habt ihr den gesehen? Krass. Okay, jetzt kommt Essen sogar zum Freihaus. Dann legen wir gleich mal auf den Tisch. Dann ist er aus dem Weg. Dann holen wir noch die andere Kiste. Wir machen die eine bisschen leerer. Das werden die, die dann auch voll ist. Wer ist nebendrin. Die wir anderen stellen können. Das habe ich noch nie erlebt. Wenn ein Bier über oben. Weil es Rase liegt. Naja, wenn ich dann mal auf dem Tisch. So. Da kann er nicht raus aus. Ich schlachte in Marie wieder noch kurz. Nicht, dass das ein neues Gimmick vom Spiel ist. Was einem nicht sein kann. Aber man weiß ja nie. Das ist eine große. Für den Unfall. Wie er aufwacht. Und dann die Wut auseinander nimmt. Muss ja auch nicht sein. Aber jetzt habt ihr nichts gehört. Das ist das erste Mal, dass ein Bär. Aber es Rase liegt. So. Boca ist hoch. Dann hat ihr euch acht auf Schönst. Ich bin Jammöre. 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 Hachs. Was ist das einmal? Einschneisen, okay. Eins noch mal genug. War fast genug. Kubolf. Ja. Wir machen dann beim Lied, also wir fangen das am an und du dann nächstes Mal die Schmelzinschaft anwerfen für den Schmelzvergang. Da braucht man ja nicht dabei zu sein. Und währenddessen sagst du nur kurz an und dann du mal die 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 Windräder in der neuen Freie gesucht haben, schrauben. Ja, wir kriegen es doch noch am kleinen Ohr. So. Juck. Äh. Geh mal nicht abends. So, das führt zu einer Heizungsmittel rein. Und dann. Aber muss halt festgehen. Mein alter, das ist mal das ist mein eigenes Leben. Und da. Geh mal nicht abends. Da ist Eisen drin, oah. Jo. Ja, komm, Eisen. Frau Monskine, sollten sie machen. Ja, komm, Eisen. Frau Monskine, sollten sie machen. Um ein Zeichen. Das Eisen rauszusmeißen. Ähm. Ich denke mal, es wäre der Gleis in das neue Winterrad rein. Wir nehmen es in Gons. Perfekt. Zwei Schmelzen im Gleis komplett. Voll. Das magisch. Das heißt, das heißt, haben wir dann später auch noch ein. Aber, wenn wir nachher machen wollen, muss das nicht aufstehen. Aber, könnte sein, dass hier ein Schleim, in der Schleimann nie ausgebrochen ist. So. Ach, genau, das habe ich da erzählt. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir da, oder, ob wir das in der nächsten Folge machen, oder, in der übernächsten Folge, dass wir dann, dass wir dann, dass wir dann, irgendwie, irgendwie, gefärmt haben, dann, verbauen. Hier geht es am Ende noch. Für Dark Super würde ich dann auch mal sagen, dass wir ein paar Salarbindels aufbauen, dass wir über den Tag so viel Power haben, dass wir dann die Nacht über Batterien, da brauchen wir auch noch mal, habe ich gerade beschlossen, dass wir dann erst gut über die Runden kommen. Ich habe einen Moment. Ich habe einen Moment. Ach nein. Ich habe mir nicht aufgepasst. Am Ende liegt es wirklich nicht. Da haben wir genug. Da haben wir wirklich genug. Aber das hält halt auf, mein Gott. Ich habe gekettzt. Wenn sie mich dann auch gleich mitgenommen. Mein Gott. Früher kann man am eingereist mit mir nachlaufen. Ja, dann muss man wohl kurz mal in den Wald gehen und mal nachzubohlen. Ich habe den Weg von dem ich dann das alles, was ich ins Oh, das ist ja diegübe mir anders. Ich habe mich dann auch meine Mutter, was er, was ich alles aufzunehmen. Oh, das ist ja diegübe mir anders. Ich habe vielleicht ja nie wieder mit dir. Oh, das ist ja diegübe mir anders. Ya war es also. Ich habe mich dann auch Angst. So, dann machen wir das, was ich gesagt habe heute eingegangen habe, das was das Anzeichnen, aber der Teufel ist dicht in die Teile, aber wie war das? So, das ist natürlich halt zau dumm gelaufen, das ist sogar genau nur mir passiert. So, und jetzt nicht wieder, wenn sollte ich nicht Leo den Boden begrüßen, sondern er findet auch ein bisschen doof, wenn man da... ... 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